Sorry, ist mir ne Angelrute. Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Episode mit dem wunderbaren Titel Das teuerste Furzkissen der Welt. Und wenn Bernhard Karlhammer sich auch noch zu uns gesellen möchte, dann könnten wir auch loslegen. Sorry, warte, ich hab gerade einen ganz dicken Fisch in der Angel. Warte mal, ich geh ganz kurz aus meiner Virtual Reality raus. Ah, oh, okay, so sieht's hier aus. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Gut, dass du nicht rot im Gesicht bist. Aber wie, Alter. Voll die Abdrücke. Voll. Egal, Mann. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Die vorletzte Episode vor der Weihnachtspause. Wir hoffen, euch und euren Lieben geht's gut und ihr genießt die Vorweihnachtszeit. Und das wird heute ja eine Technik, Tipps, Tricks, Gadgets und überhaupt Episode, weil wir heute das teuerste Furzkissen der Welt entdeckt haben. Und darum soll's heute auch gehen. Wie du Word-of-Mouth-Content kreierst. Also Dinge, die von alleine weitererzählt werden. Genau, um das Denglische gleich wieder auszunocken, Mundpropaganda. Also es handelt sich heute um eine Folge zum Thema Mundpropaganda und wie du diese für dich nutzen kannst. Und wundere dich nicht, ja, ich hab noch ziemlich rote Augenrinder. Uwe, du hast es mir gerade freundlich, du hast mich freundlich darauf hingewiesen. Aber ich war gerade hier mit Oculus unterwegs in der Virtual Reality und dachte mir mal, hey, ich entschleunige jetzt mal so ein bisschen. Weil das ist ja alles so schnell und ich geh einfach mal fischen. Ist geil, das ist übrigens keine Werbung. Wir haben das Ding selber gekauft. Also Liebe, Familie, wer stellt das Ding eigentlich her? Facebook? Microsoft? Facebook. Ist ja alles das Gleiche. Also wir können noch mehr von den Dingern gebrauchen. Okay, also zurück zum Thema. Wir machen heute eine komplette Werbeepisode, ohne Geld dafür zu bekommen. Leute, wir waren heute bei der Probefahrt für den Tesla Model 3. Und es war geil, aber Uwe, erinnerst du dich, wir haben das für das Cowboy schon gemacht? Ja. Wir haben das, ich glaube, Cowboy-Bikes, die haben sich immer noch nicht gemeldet. Die haben sich immer noch nicht gemeldet. Wir haben dann einen Cowboy gekauft von unserem eigenen hart erarbeiteten Geld. Zwei sogar. Zwei Cowboys gekauft. Und dass das jetzt nicht bei Tesla auch passieren soll, dass wir mit unserem hart erarbeiteten Geld zwei Tesla Model 3 kaufen müssen. Denn, hallo Tesla, ich hoffe, du hörst es lieber Elon Musk und du stellst uns hier... IM, wie die Leute sagen. Genau, IM. Wenn IM in den Call reinkommt, haben wir neulich gehört. Bei wem war das? Ach, bei Jens. Ja, beim Jens war das. Da ist er in den Call reingekommen. IM. Also kurz für euch, kurzes Side-Note. Jens ist ein befreundeter Unternehmer aus unserem Netzwerk, war auch Teilnehmer bei Geschichten, die verkaufen. Und sein Mann ist in der Baubranche, beziehungsweise... Ingenieur. Genau, Ingenieur für Wasserkraft, glaube ich. Irgendwie sowas. Und er betreut gerade das Bauprojekt der Gigafactory in... Wo ist es gleich wieder? Irgendwo bei Berlin. Irgendwo bei Berlin da. Ja. Auf jeden Fall waren die in einem Zoom-Call und ihr müsst euch vorstellen, super busy, die ganzen Tesla-Leute. Und auf einmal erscheint auf dem Bildschirm ein EM. Alles wird ruhig, alles wird leise. Keiner von den Tesla-Menschen spricht mehr, weil es war tatsächlich Elon Musk. Ich stelle mir das dann vor mit so einem Engelschor so, ta-da. Weißt du, wie in so einem Film. Ich stelle mir dann so mit der Highland so reinkommt und dann alles ein bisschen hell wird, so ein Glow. Und dann kommt EM in den Raum. Aber er meinte auch, es ist einfach wirklich, Elon Musk ist da einfach echt eine tatsächlich, eine wört-wörtliche Rakete, weil er sich sogar mit dem Bau von Wasserleitungen perfekt auskennt. Ist halt ein Ingenieur. Also der macht halt keine, ups, jetzt hätte ich fast den Controller von der Oculus runter gehauen. Der macht halt keine halben Sachen. Das merkst du halt, dass der sich halt auch mit diesen kleinsten Detailfragen auskennt. So wie bei uns in der Ausbildung, bei Geschichte verkaufen, wo zwei echte Könner unterrichten. Aber das war nur eine Sight-Not. Nein, zurück zum Thema, Leute. Also, wir haben heute das teuerste Furzkissen der Welt entdeckt und zwar in einem Tesla. Das ist so geil. Und so machst du deinen Content viral, weil wir werden das jetzt jedem erzählen, euch unter anderem. Du kannst nämlich digital, du kannst, das ist so eine Spielekonsole, du kannst einmal so malen und so lustige Sachen machen. Du kannst Spiele spielen auf dem Display, was du vor dir hast. Und das Geilste ist aber, du kannst Leuten ein digitales Furzkissen frei auf jeden Platz anwählen. Vor allem auf dem Blinker. Auf dem Blinker. Das haben wir gemacht. Das ist noch geiler. Aber erst mal kannst du es halt auf jeden Platz, auf jeden Sitz legen. Und dann hast du, ich glaube, acht verschiedene Furzarten. Und das Geilste war der Hosenzerschleißer und mein Favorite war der Überfurz. Der Überfurz. Oh Gott. Furz. Also ihr merkt schon. Das war nett. Der Hosenzerreißende irgendwas. Dabei war der eigentlich noch relativ klein. Das war so ein Lüftchen. Aber ihr merkt schon, und das Ganze in einem Tesla. Also wir hätten auch auf Instagram natürlich total seriös posten können. Hey, wir sind gerade hier. Tesla, Probefahrt, Model 3, Total E-Mobility. Und was posten wir natürlich? Den Furz. Den Furz. Tu nicht so erwachsen. Nein, das Geile ist, und dann kannst du nämlich, du kannst es dir auf jeden Button noch legen. So, du kannst es auf den Button legen, dass er furzt, wenn du drauf drückst. Und das Lustigste ist, auf den Blinker. Und das haben wir natürlich gemacht für unseren nachfolgenden Nutzer, der nichts davon weiß und der die nächste Probefahrt gebucht hat. Und da haben wir natürlich den Überfurz, also natürlich haben wir den Überfurz programmiert. Ich würde es wirklich gerne in der Kamera sehen, was da, die Reaktion, zwei Leute steigen ins Auto. Hey, komm, bieg doch da mal ab. Nein, das Geile ist, dieses Typ will mit seiner Lady imponieren. Und dann macht er die Probefahrt bei Tesla und die setzt sich da rein und dann fängt das Ding an zu furzen. Made my day. Okay, aber jetzt nochmal zurück zum Thema Word of Mouse, zum Thema Mundpropaganda. Es gibt ein richtig gutes Buch zu dem Thema. Das haben wir euch in dem Podcast auch schon mal empfohlen. Ich glaube, es waren die drei Bücher, die dein Content Marketing und dein Storytelling positiv beeinflussen würden, nur die uns am besten, also am besten, das heißt am positivsten sozusagen beeinflusst haben. Check die Episode aus. Ganz genau. Findest du irgendwie drüber, drunter, drüber, wie auch immer. Irgendwo findest du sie schon. Auf jeden Fall, das Buch heißt Contagious und ist von Jonah Berger. Und da wird genau beschrieben, wie du es schaffst, sozusagen Word of Mouse zu inszenieren. Oft ist es ja by accident, also es ist gar nicht geplant gewesen. Da kommen wir auch gleich noch mit ein paar Beispielen, also ob die jetzt geplant wurden oder nicht. Das mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall gibt es eine Formel, wie du es schaffst, sozusagen Word of Mouse zu kreieren, innerhalb von digitalen Produkten, aber auch von offline Produkten, also von ganz normalen Produkten, in einem Laden, der da draußen besteht, also egal was. Es gibt diese Formel und die besteht aus fünf einzelnen Punkten. Und wenn ich jetzt total schlau wäre, könnte ich dir diese fünf Punkte auch ad hoc sagen. Aber leider bin ich nicht so schlau. Aber es gibt ein paar Punkte, die super wichtig sind. Und einer von den Punkten, die Jonah Berger erwähnt, ist das Thema Social Currency. Und Social Currency ist einfach die soziale Währung. Das, was wir heute gemacht haben. Wir haben das Furzding geteilt. Ganz genau. Und die soziale Währung ist im Endeffekt, das kann sowohl positiv als auch negativ sein am Ende des Tages, aber jetzt im positiven Sinne übertragen, ist es etwas, das dich einfach bei anderen Menschen besser dastehen lässt. Weil du den Insight hast. Also du hast etwas, was die anderen noch nicht wissen, sozusagen. Und das macht dich, also das macht deine Währung, deine soziale Währung, stuft das natürlich herauf. Und das konkurriert oder es zahlt auf das ein, was du auch beim Storytelling tatsächlich sagst. Bei der Dramaturgie, da sagst du nämlich, das Einzige, was weitererzählt wird, ist eine Veränderung. Niemand erzählt weiter, was gleich geblieben ist. Alle erzählen nur weiter, was sich verändert hat. Also jetzt gerade, wie haben sich Corona-Neuinfektionen verändert? Ist Biden jetzt Präsident oder nicht? Also du erzählst immer nur Veränderungen weiter. Und das Gleiche ist hier so. Also du wirst aus so einer Situation mit diesem Furzkissen im Tester, um es nochmal darauf zurückzuführen, es ist halt anders als das, was ich gestern wusste. Und sowas habe ich halt noch nie erlebt. Das ist eine Veränderung und die will ich weitererzählen. Wenn du dir also da draußen überlegst, wie willst du einen sozial-viralen Content erstellen, überleg dir nur, ist es was, was du deinen Freunden erzählen würdest? Ist es was, was so geil ist, was du sagst, das muss ich jetzt sofort in der Story teilen? Und das ist schon die Basic-Anleitung dafür. Und ich finde, es gibt noch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben auch hier diesen Turkic um die Ecke. Also Turkic ist hier in München. Gibt es den eigentlich überall in München hinaus? Ich glaube, nur in München. Es ist ein sicker Döner. Es ist so eine richtig geile Dönerkette. Turkic, also mit Ü. Türkic. Wie einer der Hauptdarsteller damals von Snatch. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Guy Ritchie. Exaktamente. Und das Geile ist, die machen einen unfassbar guten Döner. Die sind ausverkauft. Da sind Schlangen davor. Du musst bis zu einer halben Stunde warten. Egal, ob irgendwie jetzt gerade Corona ist oder nicht. Das Ding ist packed. Die haben irgendwie diverse Filialen aufgemacht. Und die sind sehr schlau. Das kostet alles ein bisschen mehr als bei einer normalen Dönerbude. Schmeckt müh besser. Und der Unterschied ist aber, dass sie es halt einfach geiler verpacken. Also es sieht von außen ultra geil aus. Sie haben nämlich so schwarze Holzverkleidungen. Davor war nämlich bei dem Laden, der jetzt bei uns hier in der Münchner Freiheit aufgemacht hat, da war auch ein Dönerladen. Der war aber niemals frequentiert. Der hat genau das Gegenteil gemacht davon, was du machen solltest, um viral zu gehen sozusagen. Und dass das Geile aber ist, was die gemacht haben, ist, die haben eine Trüffelsoße. Und weil das aber sich langweilig anhört, haben sie es Rich Kid Sauce genannt. Und jetzt geht natürlich jeder hin und will die Rich Kid Sauce, die drei Euro Aufpreis kostet, auf einen Döner, der eh schon sechs, sieben Euro kostet. Aber die Leute haben Bock drauf. Und es interessiert die nicht, ob das Trüffel ist oder so. Und es hört sich auch boring an. Aber die Rich Kid Sauce, die kannst du in München verkaufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das erzählt jeder weiter. Und das Logo ist geil. Der Geschmack ist cool. Der ganze Flavor drumherum ist gut. Und das ist was, was du weitererzählen willst. Und es tut mir leid um die anderen ganzen Döner-Anbieter hier in der Münchner Freiheit, weil die sehen echt arm aus. Aber das macht den Unterschied. Ganz kurz, wer der absolute Killer war in dem Bereich, war der Gemüse-Kebab aus Berlin. Und wie hieß der gleich wieder? Alice Gemüse-Döner, oder? Alice Gemüse-Döner. Und alleine die Kampagne, die Kampagne, was der gefahren hat damals, angelehnt an Hip sozusagen, das ging viral. Das war Word of Mouse. Aber der ist auch unfassbar lecker. Ja, er ist super lecker. Aber der hat wirklich einen geilen Zug gemacht da. Der hatte auch wirklich sehr gute Unterstützung von den Jungs von Dojo Berlin, glaube ich. Das war eine ihrer ersten Kampagnen. Und die ging halt einfach voll ab. Und das ist das Geile. Also gerade wenn du so vergleichbare Dinge anbietest. Ich meine, ein Tesla ist jetzt nicht vergleichbar. Aber rein theoretisch ist er auch nur ein Auto, was von A nach B fährt. Aber klar, sie haben jetzt auch voll elektrisch und blablabla. Also da ist natürlich die ganze Nummer aufgeladen. Aber so Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Herbeirufen, das ist natürlich das, was du weitererzählst. Ich habe das meinem Sohn gezeigt, weil ich jetzt gesagt habe, wir interessieren uns gerade für einen Tesla. Du kannst ein Auto herbeirufen. Du drückst auf ein Knöpfchen und dann kommt das so aus der Parklücke raus zu dir rausgefahren. Das sind natürlich die Sachen, die erzählst du weiter. Und die machen deinen Content viral. Also geht es auch für dich zu überlegen, gerade wenn du in einer vergleichbaren Situation bist, wo kann man was machen, was die Leute sich weitererzählen. Was irgendwie so spannend ist, wie kann man das auch inszenieren? Was sie auch gar nicht erwarten am Ende des Tages, weil das Letzte, was du erwartest, wenn du in den Tesla einsteigst, dass du da ein Furzkissen findest. Jetzt mal ganz im Ernst, aber genau darum geht es. Also wenn du da draußen gerade an deinem Produkt schraubst, an deiner Dienstleistung schraubst, dann versuch mal daran zu denken, was für Features oder was für einzelne Punkte könntest du angehen, mit denen da draußen keiner rechnet. Also niemand rechnet damit. Es muss auch überhaupt nicht damit zusammenhängen, sozusagen mit deinem Produkt. Es sollte natürlich darauf einzahlen, aber es muss nicht direkt zusammenhängen, weil siehe Tesla und Furzkissen, was hat das damit zu tun? Außer, dass natürlich ein Furzkissen auf einem Sitz liegt. Und jetzt haben wir natürlich noch was vor. Im nächsten Jahr werden wir eine Werbekampagne machen, die unerwartet sein wird, glaube ich. Es wird ein Mikrofon, also ein Megafon, darin wird eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass das eine Kampagne wird, die Word of Mouth kreieren wird. Oh ja, die wird, glaube ich, ganz geil. Ich glaube, die wird gut werden. Und wir müssen noch das Megafon bestellen. Wir müssen das Megafon bestellen und nächstes Jahr werden wir sehr laut werden. Auf Instagram, Facebook und wo auch immer man uns sehen kann, YouTube. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird Word of Mouth. Und jetzt war es das eigentlich. Du kannst wieder zurück angeln. Eigentlich war es das. Ich gehe gleich wieder angeln. Du gehst auf deine Oculus. Aber was ich mir gerade gedacht habe, Uwe, um sozusagen jetzt das Ganze noch zu vervollständigen. Es gibt ein total schlaues Buch. Da stehen diese fünf Punkte nämlich drin, außer in Contagious bei John O'Berger. Und das steht direkt hinter uns. Und das hebe ich dir direkt jetzt mal in die Kamera und hol es mal schnell. Ach, hatten wir lang nicht mehr. Dieser junge Mann hat ein Buch geschrieben. Es heißt Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Im Redline Verlag von Bernhard C. Werbung? Hammer. So, und jetzt. Ihr wollt ja noch wissen, was die fünf Schritte sozusagen sind, die wir brauchen. Und zwar, was Word of Mouth ausmacht, beziehungsweise was dein Produkt zum Fliegen bringt mit der Mundpropaganda. Und wie angesprochen war schon der erste Punkt, die Social Currency, also die soziale Währung. Der zweite Punkt ist der Auslöser sozusagen. Du brauchst immer einen auslösenden Punkt. Drittens, Emotionen. Viertens, du brauchst die Öffentlichkeit natürlich, die mitspielt. Und fünftens, den praktischen Nutzen. Und das, Leute, war's. Der praktische Nutzen eines Furzkissens erläutern wir dann beim nächsten Mal. Und wenn ihr dabei sein wollt und das hören wollt, dann müsst ihr hier eigentlich nur auf Abonnieren drücken und eine Bewertung da lassen, wenn es euch gut gefallen hat. Ja, kauft dem jungen Mann noch zwei, drei Bücher ab. Das sind wunderbare Weihnachtsgeschenke. Und dann hören wir uns auch schon bei der nächsten Episode, die die letzte ist für 2020, unsere Weihnachtsepisode, in der wir singen werden. Oh, stimmt. Wie versprochen, du hast noch keine Ahnung. Wir machen Musical, okay? Ja, wir werden das Ding richtig, es wird richtig lustig. Es wird besinnlich, es gibt Kekse, Glühwein und Gipim. Bis zum nächsten Mal. Ciao.